Mittwoch, 22. August Nach einer Nacht mit spezieller Schlafmethode. Mit dem Rücken angelenkt an die Seitenwand, die Beine angezogen und die Decke bis zum Hals hochgezogen. Auf diese Weise war das Rollen des Schiffes auszuhalten. Das Meer ist viel ruhiger geworden und das Schiff neigt sich nur noch leicht nach beiden Seiten. Die Kamera ruhig zu halten ist aber immer noch schwierig. Auf dem Monitor sind zahlreiche Wellen zu sehen. Wir fahren jetzt im Ost-Atlant. Der blaue Himmel trägt, denn das Wetter ist launisch und wechselt schnell. Die Kamera ruhig zu halten. Die Kamera ruhig zu halten. Wieder werden sie angezeigt. Regen zahlreiche Wellen. Der blaue Himmel trägt, denn die Kamera。。 Maximum ist nicht mehr ganzº woods. Plötzlich sind sie wieder da, die Wellenbuckel. Donnerstag, 23. August Die Containerstapel zerren wieder knarzend an der Rang gestanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Einfahrt ins Mittelmeer kommt wenigstens auf der Seekarte in Reichweite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Peilkompass Mit ihm werden Landmarken, also zum Beispiel Leuchtfeuer angepeilt, um den genauen Standort vor der Küste zu bestimmen, falls alle elektronischen Hilfsmittel ausfallen sollten. Es ist wieder einmal Zeit, um die Decks zu waschen. Viel Auspufferhaus hat sich wieder angesammelt. Mit einem Wasserschieber wird die dunkle Brühe durch ein kleines Loch gedrückt. Mit einem zwischen die Wand und dem Träger gestellten Blech könnte der Wasserkreislauf-Leerlauf gestoppt werden. Immerhin findet wenigstens ein Teil davon den Weg zum Ablaufrohr. »Pierre« »Pierre« Untertitelung des ZDF, 2020 Kurs 104 Grad Richtung Golf von Cadiz Im Kartenraum bei der Lampe befindet sich ein Monitor, der mir bald gute Dienste leistet. Der Maschinentelegraf steht auch voll voraus. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwischenfrage Wer weiss, was dieses Symbol bedeutet? Jawohl, Abschlussventil. Hier mit grossem Flansch links und Verschlussdeckel für den Feuerwehrschlauch. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Signallampe wird zum Morsen verwendet, falls alle anderen Verständigungsmittel ausgefallen sind. Als vibrierender Spiegel kann sie auch benutzt werden. Der Tag geht zu Ende und der Mond übernimmt die Beleuchtung. Die Signallampein Die Signallampein Freitag, 24. August Ein Viertel vor sieben und immer noch dunkel. Bald befinden wir uns südlich von Cap San Vicente. Die Signallampein Die Signallampein Die Signallampein Die Signallampein Super Die Signallampein Und das ist ein bisschen gut. Der Office ist gut. Was hat sie wohl Wichtiges gesagt? Zugehört hat jedenfalls niemand. Voraussichtlich gegen Mitternacht werden wir den Lotsen von Algeciras an Bord nehmen. Der Verkehr hat stark zugenommen. Jedes Dreieck zeigt ein Schiff. Wo ist die Zeit? Zu sehen ist aber keines. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Gedanken versunken. An diesen Regenwolken sind wir gerade noch trocken vorbeigefahren. Aus Immer. Aus Immer. Aus Immer. Aus Immer. Im Golf von Gaddis. Die roten Ringe zeigen die Stellen an, wo der Kurs neu abgesteckt werden muss. Die rote Zahl zeigt den neuen Kurs an. Die rote Zahl zeigt den neuen Kurs. Die rote Zahl zeigt den Kurs an. Die rote Herrikowskart der Kurs nennt man mit dem Kurs. Der Kurs ist tot in die Rite von Kurs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Heckwindendeck ist mit Containern überdeckt. Vom Mückenschwarn, der mich vor ein paar Tagen übel zerstochen hat, ist nichts mehr zu sehen. Vom Mückenschwarn, der mich vor ein paar Tagen übel, ist nichts mehr zu sehen. Vom Mückenschwarn, der mich vor ein paar Tagen übel, ist nichts mehr zu sehen. Verschlossen wie ein Banktresor. Vom Mückenschwarn, der mich vor ein paar Tagen übel. Einige Meilen vor uns befindet sich ein Schiff auf unserem Kurs. Vom Mückenschwarn, der mich vor ein paar Tagen übel. Das Schiff ist die Atlantic Island. Über das Rufsignal 3EG G8 kann es angerufen werden, um Absprachen über eventuelle Ausweichmanöver zu treffen. Vom Mückenschwarn. Vom Mückenschwarn. Vom Mückenschwarn. Vom Mückenschwarn. Vom Mückenschwarn. Vom Mückenschwarn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 12.0, Passagier 960. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Im Kartenraum, im hinteren Teil der Brücke, befindet sich ein Monitor, der die gleiche Seekarte zeigt, wie sein Kollege im Fahrstand. Weil dieser Apparat im Moment nicht benutzt wird, kann ich hier ungestört filmen, denn ich stehe niemanden im Weg herum. Hin und wieder gehe ich nach vorn oder hinaus aufs Brückennock, um in Wirklichkeit zu sehen, was der Monitor anzeigt. Wir sind ungefähr auf Kurs, obwohl wir nicht genau beim Roten Kreis auf Kurs 68 gegangen sind. Die rote punktierte Linie werden wir aber leicht erreichen. Afrika lässt eine Botschaft herüberleuchten. Kurs 68 Kurs 68 Diese Lichter gehören zu einem Frachtschiff. Links ist das vordere, rechts das hintere, mindestens 4,50 Meter höhere Toplicht zu sehen. Die Lichterreihe ist die Deckbeleuchtung. Das rote Licht ist die Backbordlaterne. Dieses Schiff wird uns noch beschäftigen. Es kommt immer näher zu uns. Mit einer Linkskurve dreht es in unsere Richtung. Das rote Licht wandert nach rechts, die Toplichter stehen senkrecht übereinander und links erscheint das Steuerbordlicht. Diese Lichterführung haben 1956 die Leute auf der Brücke gesehen, als die Stockholm die Andréa Doria rammte und versenkte. Der Kapitän ist neben mich getreten und knurrt. Sehr gefährliche Navigation. Es dreht weiter nach links und fährt hinter unserem Heck vorbei. Ich rufe ein bisschen mehr mit Schl Pandemie. Höhe heute da. Spannende Musik des blössensch Hazen. Das Schiff heisst meist Rosanne. Es ist eine Autofähre, die zwischen Tangier und Algeciras hin und her fährt. 160 Meter lang. Und wo registriert? Auf den Marshall-Inseln im Pazifik. Es läuft zwischen 8 bis 10 Knoten in der Stunde und legt im Tag 65 Meilen zurück oder 120 Kilometer. Jetzt aber ist es zu nah an der Conti. Bei einem roten Kreis können wir darum nicht auf den neuen Kurs eindrehen, sonst könnte es zu einer Kollision kommen. Aber wie geht es? Das ist eine Ankunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Mit dem Bus fahren wir zum Haupteingang und nach der Passkontrolle beginnt ein halbstündiger Fussmarsch zur Stadt. Spanien. Es kommen so etwas wie heimatliche Gefühle auf. Es reicht gerade für einen kurzen Rundgang durch die Altstadt und ein feines Bierchen in einem Strassenrestaurant. Dann machen wir uns auf den Rückweg zum Schiff. Das ist der Nachteil bei Frachtschiffreisen. Auf verspätete Passagiere wird nicht gewartet. Wenn das Schiff bereit zum Ablegen ist, dann macht es das auch. Der verspätete Passagier sieht es am Horizont verschwinden, samt seinem Gepäck. Pünktlich um 12 Uhr sind wir wieder beim Schiff. Die Angeschweißten Ringe werden zum Aufhängen der Flaschenzüge benötigt, falls im Dock die Schiffsschraube ausgebaut werden muss. Die Schraube mit einem Durchmesser von 9,70 m wiegt ungefähr 120 t. Am Ruderblatt lesen wir ca. 9 m Tiefgang ab. Schrammen und Farbschäden, die im Salzwasser sofort zur Rostfrasse führen, haben die Schlepper mit Stossen und Drücken beigefügt. Jetzt beginnt wieder die Turnübung über das wackelige Fallriebe hinauf. Mit dem Ablegen um 14 Uhr wird es nichts. Da bleibt noch Zeit, sich den Regenhafenbetrieb anzuschauen. Die Schlepperabrebelie Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da wird es klar, warum gestern auf der See Karte die Dreiecke durcheinander wussten. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es werden bemerkenswert enge Kurven gefahren. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Las Palmas der Gran Canaria aus dem Jahre 1993 ist 116 Meter lang, kann 800 Passagiere und 260 Fahrzeuge mitnehmen. Trotz ihres Namens fährt sie nicht nach den Kanaren, denn diese Verbindung beginnt in Cadiz. ZDF, 2020 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 Vier Fähren durchfahren eine Kurve. Bei ungefähr 8 bis 12 Hin- und Rückfahrten pro Tag haben die Schissführungen Erfahrung, wie man enge Kurven im Gegenverkehr befährt. Die Schiss- und Rückfahrten pro Tag haben die Schiss- und Rückfahrten durchgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gehen wir zum Frachtgeschäft zurück. Container aus den Kanaren werden angeliefert. Dieser grüne Frachter könnte nach Bauart und Größe die bekannte Blandine sein. Die Baltik-30, der englischen Reiter in Orient, liefert Öl an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Transmediterranäa besitzt ebenfalls schnelle Schiffe. Der Wasserstrahlantrieb hintermässt eine lange, luftige Hexe. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ein letzter Blick hinüber nach Gibraltar GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ob Hamburg Süd unseren Platz im Terminal einnimmt? GmbH im Auftrag des WDR Ein Frachter gefährt durch ein Silbermeer GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Wir fahren ins Mittelmeer und über den Golf von Cadiz geht die Sonne unter GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Auf dem Weiterweg begleitet uns der Mond. Okay, bis erin, bis erin, abkwalein, 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 abkwalein. Okay, thanks. es ist also es ist es ist es ist es 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 ist ist un es es